Ich bin Zahra, ich arbeite im Swisscom Junior Shop in Dödingen und das ist mein Lieblingsprodukt. Das sind AirPods. Ich habe sie mega gerne, weil sie extrem einfach sind. Man kann sie einfach ins Ohr tun. Man hat keiner Probleme mit Kabelsalat. Es sind kabellose Kopfhörer, die per Bluetooth funktionieren. Man kann sie ganz einfach mit dem Handy steuern. Man kann auch verschiedene Funktionen installieren, wie z.B. Double-Click rechts, das Lied umschalten. Oder auf der anderen Seite Double-Click, das Lied stoppen, wenn man z.B. mit jemandem redet. Was ebenfalls ganz cool ist, ist, dass man verschiedene Case Varianten hat. Wie es einem gefällt, kann man sie auch wechseln. Es schützt die Cases. Wenn sie im Auto fallen oder raus fallen, haben sie damit etwas besser.